Herzlich Willkommen auf 1000PSTV. Wir waren heute unterwegs und haben für euch Gas gegeben am Pannonia Ring bei unseren 1000PS Bridgestone Trackdays. Und was haben wir getestet? Alltagssportler. Eine, ja, muss man sagen, mittlerweile fast selten gewordene Kategorie. Aber vier Exemplare haben wir da gefunden. Die Yamaha R7, die Aprilia RS660, die Kawasaki Ninja 650 und die Honda CBR 650R. Und damit, wie gesagt, haben wir es krachen lassen auf der Rennstrecke und haben geschaut, was steckt wirklich an Sport noch in dieser Kategorie, in diesem Motorräder mit drinnen. Alle Infos hier für euch, jetzt im Video. Auf Wiedersehen. Ja, bevor wir jetzt loslegen und bevor ich auch meine Kollegen hier ins Bild bitte, wir waren ja nämlich auch zu viert. Vier Tester, kurz vor mir, ein paar Eindrücke zum Grundlegenden, was wir da vor uns haben. Ich will euch da jetzt nicht mit übelsten Prospekt-Latein zutexten, aber zumindest ein paar Eckdaten. Es ist nämlich so, wir haben ja eine, die aus der Reihe tanzt. Die Honda ist der einzige Vierzylinder im Test, sonst alles Zweizylinder. Und ja, ich muss sagen, die Honda hat mir schon richtig getaugt. Und ich glaube auf dieser Rennstrecke oder generell in dem sportlichen Umfeld hat dieser Vierzylinder absolut noch seine Berechtigung. Aber auch die Zweizylinder haben wirklich viele Emotionen, haben tolle Erlebnisse generiert hier im Pannonia Ring. Und so hat wirklich jede etwas für sich. Aber ganz kurz, dass ihr wisst, Leistungsdaten, die Aprilia ist auch die stärkste. Muss man sagen, sie ist die teuerste, sie ist die stärkste, sie hat 100 PS. Dann kommt die Yamaha in unserer Reihenfolge mit 73,4 PS. Dann die Honda mit 95 PS. Und die Kawasaki, die hat die schwächste Leistung, muss man sagen, mit ihren 68 PS. Ist aber dafür deutlich kürzer übersetzt und hat auch damit echt ihren Reiz. In Sachen Drehmoment ist es so, dass wir zwei Bikes haben, die gleich off sind. Und zwar die Aprilia und die Yamaha, die haben beide 67 Newtonmeter. Wobei man dazu sagen muss, die Yamaha, da merkt man einfach dieses Hubraum Plus. Da kommt das Drehmoment natürlich sehr früh, liegt schon bei 6.500 Umdrehungen an. Während mit der Aprilia das erst so ab 8.30 Uhr kommt dieses Peak. Und da muss man schon sagen, trotz dessen, dass der Yamaha ein bisschen die Leistung fehlt, ist das schon morchig, wie man sagt, bei uns. Also das hat Kraft und das merkst du und das macht auch Laune und Freude. Und damit wir die Newtonmeter-Angaben noch fertig machen, kompletieren die Honda mit 63 Newtonmeter und die Kawasaki mit 64 Newtonmeter ein bisschen darunter angesiedelt. Aber insgesamt liegen da vier Modelle relativ nah besammen. Und dann gehen wir vielleicht noch auf eine Kenngröße ein und zwar das Fahrzeuggewicht. Und da muss man auch sagen, die Aprilia hat auch wirklich die Nase vorne. 183 Kilo bringt sie nur auf die Waage. Muss man sagen, das ist schon richtig respektabel. Der Wert ist richtig leicht. Danach kommt die R7 mit 186 Kilo. Dann die Honda ist die schwerste mit 206 Kilo. Und die Kawa hat 193 Kilogramm. Ja, und ich glaube, damit haben wir das ein bisschen umrissen, dieses Prospekt-Thema. Aber wie gesagt, mir war wichtig, dass ich euch ein bisschen einen Einblick gebe, was die Fahrzeuge so für Eckdaten mitbringen. Aber wenn wir schon auf der Rennstrecke sind, muss man sagen, da ist natürlich die Emotion, der Fahrspaß deutlich im Vordergrund. Und darum würde ich auch jetzt beginnen und den ersten Kollegen zu mir bitten. Und zwar nehme ich da den Kramer Klaus. Klaus Kramer, ehemaliger Staatsmeister. Muss ich immer wieder erwähnen. Klaus, wir sind ein bisschen stolz auf dich, dass wir dich im Team haben. Du wieder auch als Instruktor hier bei unseren 1000 PS Track. Aber du brauchst dich da gar nicht zu verstecken. Du kannst ruhig vorkommen. Und die Instruktoren bei 1000 PS, die dürfen mit einem Staatsmeister erstens mal trainieren. Und zum anderen habe ich dir eine wirklich, wie soll ich sagen, eine schwere Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Du hast nämlich mit jedem der Fahrzeuge auch Instruktor fahren müssen. Und du hast viel Zeit zum Nachdenken im Sattel. Und Klaus, jetzt ist es natürlich für mich wahnsinnig interessant. Deine Highlights. Was war das Beste? Was war das Schlechteste? Was hast du im Kopf und im heutigen Testprozedere? Was hat da taugt? Erzähl dir ein bisschen. Also zum Instruktorfahren das Beste ist fast die Kawasaki gewesen. Das ist das am meisten Straßenmotorrad. Zum Reinstreckenfahren würde ich sagen, Yamaha Aprilia. Also das ist sozusagen die Mischung, die mir am meisten gefällt. Aber dann gehen wir gleich kurz ein. Entschuldige, wenn ich gleich eingretsche. Bei der Kawasaki, warum das meiste Straßenmotorrad für dich? Ja, die Sitzposition ist sehr aufrecht, sehr straßenorientiert. Ganz weiches Fahrwerk. Ja, das ist ganz tiefe Fußrasten. Also das ist keine Position, die einen dazu verleitet, dass man möglichst in eine Kurve aggressiv einbirgt oder irgendwie sozusagen. Diese Reinstreckendynamik kommt da nicht auf. Bei der Kawasaki muss man sagen, weil du die Sitzhöhe angesprochen hast, mit 790 mm ist es auch die tiefste in unserem Quartett. Und ich habe natürlich genauso den Eindruck, es ist halt sehr touristisch, das Fahrwerk sehr komfortabel, du sitzt aber richtig gut drauf. Aber was mir gefallen hat, um nochmal bei der Kawasaki zu bleiben, das Getriebe ist relativ kurz gestuft und du kannst die Motorleistung wirklich schön durch alle Gänge durch abrufen, oder? Ja, das stimmt. Das ist auch typisch Kawasaki. Das ist eigentlich gut gemacht. Weil wenn ich schon ein Motorrad habe mit ein bisschen weniger Leistung, kann ich mit Getriebe natürlich eine gewisse Dynamik auf dem Weg billig erwerben. Also die Kawasaki, vielleicht das Sportmotorrad, das optisch einen auf das macht, aber von den Fahrwerten hier auf der Rennstrecke eher sehr komfortorientiert, umschreiben wir es einmal so. Und jetzt hast du gesagt, sportlicher Natur wiederum haben da aber zwei Fahrzeuge auch wirklich getaugt. Warum, wieso? Was war zum Beispiel bei der Aprilia für dich das Highlight? Ja, bei der Aprilia ist sicher, wo es heraussteht, erstens was die meiste Leistung, das spürt man irgendwie. Auch die Elektronik ist das, was jetzt sozusagen auf der Rennstrecke, Schalterautomaten, Blipper, das ist das, was sie hat. Das funktioniert super. Und die Sitzposition natürlich ist eine typische Aprilia, das ist ein Sportmotorrad. Wobei natürlich sagen wir es, das hat man bei der Yamaha auch richtig getaugt. Also die Yamaha, wenn man sich raufsitzt, hat man irgendwie einen Eindruck, das ist ein bisschen mehr... Also das Sitzen und das Fahren ist mehr Reimerschön wie der Motor. Irgendso. Das ist ein bisschen eine komische Kombination. Aber in Wirklichkeit ist die Aprilia sicher die, die am meisten Trackday tauglich ist. Und nachdem sie jetzt auch deutlich teurer ist als die Yamaha, würdest du sagen, ist dieser Preisaufschlag von doch, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube es sind 1500 Euro circa, was sie mehr kostet, ist das gerechtfertigt? Also ist das für die so, dass du sagst, das zahlt sich dann echt aus, wenn man ab und zu auf die Rennstrecke geht, dass man halt das Plus an Budget da mit einplant? Ja, wenn ich ein bisschen performance-orientiert bin, wenn mir die Rundenzeit wichtig ist, sind 1500 Euro wahrscheinlich okay, weil 1500 Euro kauft man sich nicht leicht für Rundenzeit und das ist glaube ich dann auch wahrscheinlich gerechtfertigt. Ja, Weltklasse. Klaus, die haben wir jetzt noch vergessen, aber dazu werden wir hoffentlich die anderen Burschen ein bisschen mehr erzählen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für deine Einschätzung und da würde ich jetzt an dieser Stelle dann den Martin Ganglberger Nopin zu mir ins Bild bieten. Martin, ich bin ja ganz wirklich euphorisch gewesen, wie du mir deine Excel-Tabelle zugeschickt hast, weil du hast dich ja richtig vorbereitet auf den Test, aber du hast halt auch richtig Gas gegeben im Sattel. Grundsätzlich Veranstaltung, 1000 Best Track, das hast du genossen? Ja, also Veranstaltung immer lauernd, besonders am Anfang der Saison, wenn das Wetter passt. Das ist ein schöner Einstieg, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Gas gegeben, unter Anführungszeichen, ich habe schon ziemlich gelitten, muss ich sagen, weil ich bin jetzt ein Jahr nicht auf der Rennstrecke gewesen und über den Winter bin ich bin ja auch nicht viel zum Fahren gekommen und die Motorräder, die schauen ja alle sehr sportlich aus und tatsächlich sind ein paar dabei, die fahren sich auch sehr sportlich von der Fahrposition und da habe ich dann schon ziemlich kämpfen müssen. Ja, da sind wir eh gleich im Medias Race. Martin, deine Highlights, was hat dich begeistert? Beziehungsweise, nein, nicht die Highlights, die kannst du aufheben noch kurz. Gehen wir mal kurz auf die Honda noch ein, die hat nämlich der Klaus nicht thematisiert. Dein Eindruck zu Honda? Ja, ich bin die Honda letztes Jahr im Frühjahr schon mal gefahren und da haben wir es verglichen mit der RS 660 von Aprilia, der Horvath und ich haben da ein kurzes Video gemacht und auf der Landstraße war für mich klar, dass die Honda ein super Motorrad ist. Also das Fahrweg ist cool, die Sitzposition ist komfortabel, sie fährt wie auf Schienen wegen dem langen Radstand. Also da war eigentlich alles klar. Auf der Rennstrecke habe ich immer gedacht, die Honda wird ein bisschen abkacken vielleicht, weil sie halt Träger ist oder so und schwerer, aber den Eindruck hat sie nicht vermittelt. Also ich habe mich auf die Honda drauf gesetzt, also fast so wie auf die Aprilia und habe mich sofort wohl gefühlt, die Sitzposition war ein bisschen komfortabler natürlich, aber ist auf der Rennstrecke für meine Verhältnisse, für meine Leistungsklasse, hat das einwandfrei funktioniert und super ausgespielt mit der Honda. Bei der Honda ist anzumerken, die hat 2021 wirklich ein großes Fahrwerksupdate bekommen. Davor war das auch ein bisschen lasch, also hat man gewusst, aber eben 2021 hat Honda hier nachgebessert bei den 650er Modellen und seitdem ist es echt wirklich in Ordnung und auch ich war heute wirklich positiv überrascht von der Honda, weil ich mir denke, das ist das zugängigste Bike, du setzt dich drauf und bist auf Anhieb einigermaßen schnell und das ist alles so gewohnte Honda-Qualität. Die Knöpferl, die Bedienbarkeit, die Sitzposition ist alles ausgewogen, die Ergonomie hat mir echt geaugt. Aber Martin, jetzt haben wir auch noch drei andere Kandidatinnen mit dabei gehabt, da noch ein bisschen Stärken, Schwächen, was hast du im Kopf, was hat dich begeistert? Also auf der Rennstrecke, finde ich, ist ja neben der Motor oder der Motorleistung ist ja die Geometrie auch sehr wichtig. Man will ja agil sein und man will schnell sein und auch die Radien halt durchziehen stabil. Und da hat mir ganz besonders die Honda und die Aprilia gefallen, die Aprilia sowieso, weil die hat den kürzesten Radstand, einen sehr steilen Lenkwinkel, wie wir in der Tabelle gesehen haben, den steilsten Lenkwinkel und hat aber trotzdem den längsten Nachlauf. Also das spricht dann für große Spurstabilität, das spürt man auch. Die Honda holt sich die Spurstabilität dann mit ihrer Länge und die zwei Maschinen, die haben mir jetzt eigentlich vom Handling her am besten gefallen. Ja und von der Leistung merkt man natürlich schon, dass da Unterschiede sind zwischen den vier Modellen. Trotzdem ist jetzt die Kawasaki nicht wirklich langsam gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen und auch natürlich die Yamaha nicht. Aber irgendwie mit manchen Motorrädern wird man einfach warm und mit manchen nicht. Und ich bin halt sofort mit der Honda und mit der Aprilia warm worden und mit den anderen zwei nicht, weil eben irgendwie die Geometrie oder vielleicht ist die Fahrposition auf der Kawasaki, die finde ich ziemlich komisch. Die ist sehr, sehr komfortabel. Die Füße sind weit vorn, also irgendwie wie ein klassischer Tourer schon fast. Also hat eigentlich mit einer Rennmaschine in meiner Augen nichts zu tun von der Fahrposition. Und die Yamaha ist genau das andere Extrem. Wie der Klaus schon gesagt hat, der Motor ist jetzt nicht bärenstark, aber der Motor ist gut. Aber die Sitzposition, die ist halt wie auf einer R6 gefühlt. Also die ist wirklich wie auf einer Rennmaschine. Du sitzt sehr aggressiv drauf, sehr weit vorne, tief am Lenker. Für mich war das heute wirklich sehr anstrengend auf der Kawasaki, weil sie halt so komfortabel oder so tourenmäßig war. Und die Yamaha, weil sie einfach für mich, für mein Fahren, für mein Körper einfach viel zu radikal war. Du und bei der Yamaha ist es ja so, dass eigentlich die einzige ist, die jetzt keine Elektronik im Sinne von Traktionskontrolle, Quickshift etc. drauf hat. Sie hat nur dieses ABS hier heute im Test mit dabei gehabt. Hast du so eine Traktionskontrolle dann zum Beispiel vermisst? Also ist das für dich dann ein Kriterium, wo du sagst, na deswegen kann man es nicht kaufen oder empfehlen? Oder war das eh gar kein Thema selbst bei sportlicher Fahrt heute, dass du sagst, das brauche ich unbedingt? Also bei 73 PS auf der Rennstrecke, wenn es trocken ist, brauche ich es persönlich nicht. Mir ist da nichts abgegangen. Ich habe eher das andere extrem gehabt. Ich bin den ersten Termin der Aprilia gefahren. Da ist zuerst der Kunde drauf gesessen, der die Traktionskontrolle in der Höhe geregelt hat. Und wo ich dann gefahren bin, hat es halt die ganze Zeit geflackert, weil offensichtlich die Traktionskontrolle zu hoch eingestellt war. Nach einem Jahr habe ich aber vergessen, wie man während der Fahrt das umstellt und bin halt meine Runden gezogen. Ist eh okay. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also ich habe mich leichter und schneller zurechtgefunden mit den Motorrädern, die keine Traktionskontrolle haben. Beziehungsweise die Yamaha ist eigentlich die einzige ohne Traktionskontrolle. Die anderen haben schon irgendwelche digitalen Spielereien drin. Ja, weltklasse. Weil du jetzt gesagt hast, der Kunde, der da drauf gesessen ist, ist natürlich so, Info für euch, liebe 1000PS, zu sehr. Ja, wenn ihr mal unsere 1000PS Trackdays besucht, dann ist es in der Regel eigentlich so, dass da immer ein, zwei, drei Motorradhersteller, Industriepartner mit dabei sind. Und heute war es tatsächlich so, dass wir Honda mit dabei gehabt haben, Aprilia war mit dabei, Yamaha hatte zwei Bikes da und Kawasaki hat auch Motorräder mitgehabt. Also wirklich vier Marken, wo jeder Teilnehmer an unserer Veranstaltung da hingehen kann, sucht sich einen Slot aus, der gerade nicht besetzt ist, der noch frei ist und hat da die Möglichkeit, ein wirkliches Dreambike auf der Rennstrecke mal zu fahren. Und das ist für mich immer wieder ein Highlight und ich denke mir, als Redakteur ist es natürlich mega. Ja, ich kann da auf die Trackdays fahren, kann auch unterschiedlichste Bikes immer wieder für mich durchtesten, aber auch für Endcom natürlich super interessant. Vor allem kannst du dann wirklich ein paar Bikes durchtauschen. Ja, weil wenn du von der Yamaha jetzt auf die Aprilia umsteigst, das ist wirklich arg der Unterschied. Ja, das merkt man ja nicht, wenn da ein paar Wochen dazwischen sind. Ich finde es schon richtig gut. Also wenn sich jemand wirklich für ein Bike entscheiden will, gibt es glaube ich nichts Besseres, als zu den Tracktests zu kommen, mit einem Partner einen Termin ausmachen und ein paar Runden drehen. Weil ich glaube, kein Händler auf der Welt borgt eine Maschine her, damit sie die auf den Tracktests dann zu stellen. Das ist ein Argument. Martin, ich sage vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir. Und liebe Zuseher, damit wir dieses Elektronik-Thema noch ein bisschen kompletieren, für euch die Info. Es ist wie erwähnt so, dass die R7 abgesehen vom ABS tatsächlich nicht viel mitbringt. Auch das Display vorne ist monochromatisches Display mit Ganganzeige und so Geschichten, ist alles drin, das ist okay. Die Ablesbarkeit passt. Es ist nichts besonders herausragendes. Aber dafür draufsetzen, unkompliziert Gas geben, das ist kontrollierbar, dieses Ansprechverhalten vom Motor ist alles leihwand und hat auch wirklich was für sich, muss man sagen. Bei der Aprilia ist es so, dass das das kompletteste Paket ist. Erstens mal die ganzen Dinge wie ABS-Traktionskontrolle schräglagenabhängig. Sie hat natürlich auch einen sagenhaften Quickshifter mit drinnen, mit Blipper, funktioniert wirklich, wirklich gut. Und so Geschichten wie die Traktionskontrolle, die auch der Kollege Nopin vorher angesprochen hat, da hat man wirklich die Möglichkeit Plus-Minus-Taster on the fly. Also wirklich während der Fahrt. Ich merke okay, der Slick oder der Reifen hat jetzt schon ein paar Runden drauf, beginn zu schmieren. Dann regle ich ein wenig nach. Also da muss man sagen, der Preis kommt nicht von ungefähr. Sie ist die teuerste. Sie hat aber auch wirklich die meiste Ausstattung mit an Bord. Und das muss man ja zugute halten. Bei der Kawasaki und bei der Honda ist es so, dass beide gleichermaßen eine rudimentäre Ausstattung mitbringen. Nichts schräglagenabhängiges. Aber es ist ein ABS drauf, es ist eine Traktionskontrolle drauf. Ich habe ein paar Einstellmöglichkeiten, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Nur es funktioniert gut. Wir haben auf allen Bikes, muss man sagen, eigentlich eine gute Bereifung drauf gehabt. Speziell auf der Honda war ein Bridgestone RS11 drauf. Also du hast sehr sportliche Reifen und da merkt man, dass die Traktionskontrolle bei dieser Leistung, also die Honda eben 95 PS, gar nicht so ins Arbeiten kommt. So, aber jetzt haben wir noch einen Kandidaten, wo ich ganz stolz bin, dass der mit dabei ist. Der Fabian, Kollege vom PS Magazin. Viele kennen ihn vielleicht noch unter Schnuffi. Fabian, dem Schnuffi bist du aber entwachsen, oder? Ich bin jetzt mit Fabian richtig bei dir, oder? Nein, Schnuffi steht noch hinten drauf. Wunderbar, solange es auf der Kombi steht, darf ich natürlich Schnuffi zu dir sagen. Ich bin natürlich aber auch gespannt. Du ja als Racer bist gefahren R3 Cup, R7 Cup, hast wirklich viel Rennstrecken-Erfahrung. Ist jetzt automatisch die R7 dein Highlight, oder? Nein. Oder gerade nicht? Ich habe ja eine schlechte Erfahrung mit der R7 hinter mir. Nein, wenn man es wirklich mal einfach on point nüchtern Highlight ist natürlich die Aprilia. Ausstattungsmäßig, Fahrwerksmäßig muss man sagen, ist sie einfach eine Klasse über den anderen. Du hast schon gesagt, sie kostet halt auch mehr. Aber sie rechtfertigt das meiner Meinung nach nicht nur durch die Elektronik. Die brauche ich in der Leistungsklasse ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Aber gerade durch das Fahrwerk ist es einfach sportlich abgestimmt. Einstellen muss man da gar nicht. Wir mussten gar nicht so viel einstellen, beziehungsweise wir waren einfach zufrieden damit, wie es jetzt lief. Die Gabel hält schön gegen, man kann auf der Bremse schön einlenken. Es schaukelt nichts, es fährt präzise, es saugt sich schön in die Linie rein. Also das kann die Aprilia alles besser als der Rest. Stichwort Fahrwerk können wir vielleicht auch für die Zuschauer noch erwähnen. Einstellbares Fahrwerk mitbringen tun die Yamaha und die Aprilia. Wirklich beschäftigt haben wir uns heute nicht damit. Wir haben sie alle im Serienzustand getestet. Und speziell bei der Aprilia, wie du gesagt hast, hat das echt wirklich perfekt funktioniert. So, aber gehen wir ein bisschen weiter zu den anderen Bikes. R7, erzähl mal dein Erlebnis im Sattel, beziehungsweise du kennst dir das Bike auch recht gut. Aber wie ist dir heute hier im Panone Ring bei uns gegangen? Also ich würde dem Klaus da erstmal 100 Prozent zustimmen. Der hat gesagt, dass die Ergonomie mehr Rennmotorrad ist als der Motor. Der Motor, man kennt ihn ja im T-07 Motor seit Jahren. Der ist für die Rennstrecke so ein bisschen komisch, weil der hat erstmal viel Drehmoment, viel Qualm und steigert sich dann auch so bis so 8, 8,5. Und dann fällt die Leistungskurve wieder so ein bisschen ab. Das heißt, der beste Schaltpunkt ist nicht weit oben, sondern irgendwo da in der Mitte. Und da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen und das ist ein bisschen komisch. Und ja, dann sind diese 73 PS natürlich auch nicht wirklich viel. Also man merkt schon massiv, dass die Honda und die Aprilia deutlich besser motorisiert sind. Ansonsten, mir gefällt die R7 sonst sehr gut. Also ergonomisch, ich habe viel Platz auf dem Motorrad. Ich kann nach vorne, nach hinten. Also gerade wir mit uns. Großgewachsene. Genau, da braucht man diesen Platz und das ist schön und das ist schon echt fast eine Rennmotorrad-Ergonomie. Wenn man jetzt einen griffigeren Sitz hätte, der ist ein bisschen rutschig und vielleicht noch ein bisschen tief, das ist nicht so schön. Das einzige größere Problem, wenn man es so nennen will, sehe ich bei der R7 darin, dass wenn man sie härter hernimmt und ein bisschen härter auf der Bremse einlenken will, dann sperrt sie sich. Also die Gabel rauscht nach unten rein und dann sperrt sich das Motorrad und will nicht so richtig auf der Bremse einlenken. Man muss die Bremse lösen, um zum Scheitelpunkt hinzukommen. Und das ist natürlich etwas, was ich auf der Rennstrecke nicht haben will. Und das ist so die große Schwäche. Aber ansonsten ein schönes Motorrad, hat mir gut gefallen. Getriebe ist gut, ist präzise. Ich würde allerdings bei der R7 wie auch bei der Honda den Quickshifter dazu bestellen, muss ich sagen. Weil jetzt mache ich mir selber die Überleitung, musst du gar nicht mehr machen. Ja, super. Können wir erwähnen. Also Quickshifter gibt es für beiden optional im Zubehör. Nur, dass die Zuseher auch Bescheid wissen. Aber nicht mit Blipper. Das ist quasi klassisch nur zum Hochschalten. So, jetzt darfst du die Überleitung. Richtig, genau. Jetzt kommt meine gute Überleitung. Weil gerade bei der Honda das Getriebe, du hast zwar schöne kurze Schaltwege, aber sie verliert dann manchmal doch die Gänge. Also manchmal geht es vom fünften, springt sie in den vierten zurück, ist nicht so ganz orientiert. Bei der hohen Belastung, das war nicht so mein Fall. Aber Honda sonst motorisch, also ich mag Vierzylinder-Motoren einfach. Also es ist hohe Drehzahlen, Screamer-Motoren, das überzeugt dich ja auch, oder? Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich versprüht dieser Honda-Antrieb auch einfach eine gewisse Wertigkeit. Ja, der Auspuff ist schön gemacht, das klingt natürlich gut und hängt sauber am Gas. Also dieses Gas annehmen, super geschmeidig. Ja, irgendwie, es passt zum hochwertigen Charakter einfach, finde ich. Auf jeden Fall, man muss aber auch sagen, das ist die einzige, die nicht mit ihrem sonst Serienreifen fährt. Also der RS-11, der da jetzt drauf ist, tut dem Motorrad natürlich gut. Also es ist so ein bisschen, haben die Honda-Jungs klug gemacht, diesen Reifen da drauf zu machen, hätte ich auch so gemacht. Ne, der Reifen tut dem Motorrad hier auf der Rennstrecke natürlich super gut. Man kann das gut belasten und das Fahrwerk macht das auch mit. Man sitzt ein bisschen entspannter, touristischer drauf, aber man hat trotzdem noch einen guten Bezug zur Front. Also es ist nicht so eine Katastrophe wie bei der Kawasaki. Die kommen wir gleich zu sprechen. Ja, das fand ich schön und bei dem Honda Motor im Vergleich finde ich es auch ganz angenehm, dass der nicht so ein massives Bremsmoment hat wie die Zweizylindermotoren. Also wenn du da ein, zwei Gänge mit der Kupplung schnell runter schaltest, dann merkst du, das Heck kommt ein bisschen aus der Spur. Aber es ist alles viel feiner und viel besser steuerbar als bei diesen Zweizylindermotoren. Die Aprilia macht es mit dem Blipper noch gut, sehr, sehr gut sogar. Aber bei den anderen beiden merkst du halt schon wirklich, wenn du die Gänge runter haust und die Kupplung einfach kommen lässt, dann bringt Unruhe rein. Dann setzt du dir mal das Heck und das ist einfach nicht so schön, das geht auf der Honda einfach besser. Ja, und jetzt haben wir auf ein Bike noch nicht unseren Fokus gelenkt und zwar auf die Kawasaki. Fabian, wir sind beide damit gefahren heute auch und beide sind wir dann abgestiegen und haben gesagt, ja, auf der Rennstrecke wahrscheinlich gar nicht mal so gut aufgehoben. Also sieht sportlich aus. Ich finde die Optik ehrlich gesagt cool. Ich finde auch dieses, ich glaube so komisch Design nennt es Kawasaki, finde ich mega. Sitzt wunderbar komfortabel drauf, aber es ist halt einfach, ja, dieses Gespür für die Front nicht da und auch das Fahrwerk ein bisschen lascher natürlich. Alles sehr komfortorientiert, aber ich lasse jetzt gleich dich zu Wort kommen. Naja, du hast, also im Grunde hast du es ja auf den Punkt gebracht. Also das Motorrad ist für den Alltag ausgelegt und für Landstraßen fahren und nicht für die Rennstrecke. Alle haben es jetzt, glaube ich, gesagt, man merkt es einfach schon an der Ergonomie. Also wenn man sich da irgendwie sportlich Hänger fahren will, dann hat man eigentlich den Lenker sofort im Kinn sitzen. Und man hat auch keinen richtigen Windschutz, keine Scheibe. Also ergonomisch ist es keine Schräglagenfreiheit, ist schlecht. Und ja, das Fahrwerk ist halt komplett unterdämpft einfach für diesen Einsatzzweck. Also man merkt es, wenn man irgendwie mit ein bisschen Druck, man möchte ja beim in die Kurve reinfahren schon ein bisschen Druck auf die Front bringen können. Da braucht man eine Weile, bis man gemerkt hat, wie viel es sein darf. Aber wenn man dann die Bremse löst, dann fällt es ein bisschen rein und dann schaukelt das ganze Motorrad so von vorne und von hinten so langsam in Richtung Kurvenausgang. Und das ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl einfach. Wir haben auch mit dem Luftdruck nochmal hin und her probiert, haben gedacht, es fühlt sich am Anfang ein bisschen an, als wenn wir mit einem platten Reifen fahren. Also das klingt jetzt alles böse und es tut mir auch leid. Es gibt mit Sicherheit Leute, die mit einer Ninja 650 hier mal auf der Rennstrecke fahren und sagen, alles gut, macht mir Spaß. Ist doch super. Man konnte damit hier in der blauen Gruppe auch gut mitfahren. Also alles gut. Wir meckern hier jetzt auf dem Niveau, wo dann dieses Motorrad an die Grenzen kommt und die anderen eben noch nicht. Aber das finde ich persönlich auch immer so spannend in so einem Testgeschehen. Wenn du auf ein Motorrad draufsteckst und das hier fährst, dann gewöhnst du dich dran und denkst, okay, das ist so in dieser Klasse. Aber wenn du wirklich den Vergleich hast und da vier unterschiedliche Hersteller, vier unterschiedliche Konzepte mal durchtesten kannst, die Stärken und Schwächen, die kommen gnadenlos. Also du merkst den echten Unterschied dann. Fabian, ein Thema brennt mir noch auf der Zunge. Du als Racer, die Bremse, die haben wir noch nicht thematisiert gehabt. Die Aprilia, die 320er Scheibe, die größte. Danach die Honda mit der 310er Scheibe. Aber ist der Durchmesser der Scheibe gleich die Performance? Spiegelt sich das für dich irgendwie wieder? Weil ich fand zum Beispiel die R7 auch ganz gut auf der Bremse. Obwohl die nur eine 298mm Doppelscheibe hat. Ja, also man muss jetzt mal überlegen, dass wir ja auch nicht die ganz hohen Geschwindigkeiten hier erreichen, die wir dann irgendwie verzögern müssen. Und klar, so eine große Scheibe kann jetzt erstmal die Wärme halt besser loswerden. Also klar, man hat auch irgendwie ein bisschen besseren Hebel unten. Aber es geht natürlich hauptsächlich erstmal darum, die Hitze loszuwerden. Und die R7 Bremse finde ich super. Also die ist fast ein bisschen zu bissig, wenn man initial reinfasst und nicht so ganz feinfühlig reinfasst. Die fand ich super. Die Aprilia ist für mich aber schon vorne von der Bremse. Also du hast einen guten Initial, aber du hast eine feine Dosierbarkeit. Die von der Kawasaki ist in einem Schwimmsättel vorne sogar. Letztendlich hat sie auch Stand gehalten, aber sie ist weich geworden hier nach ein paar Runden. Ja, wir sind aber auch relativ flott schon gefahren. Also das tut man so einer Bremse auch nicht oft an. Und die Honda Bremse war gutes Mittelmaß, hat Stand gehalten, ist nicht weich geworden. Bei der Honda sehe ich aber das ABS als Problem. Gerade beim Initial heftig reinfassen, Ende Start Ziel, über ein paar Bodenwellen. Am Anfang kommt sie damit nicht klar und dann fährst du 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter geradeaus. Und es wird nicht langsamer und du denkst dir, jetzt wird es aber eng. Und irgendwann fängt es sich dann und wenn man nicht ganz spät dran war, dann funktioniert es auch. Dann kommt man noch in die Kurve rein. Aber ja, da würde ich gucken, ob es da eine Sicherung gibt, die man ziehen kann. Ja, ABS ausbauen natürlich auch immer eine Option. Aber bei mir hat es dann eigentlich gereicht, wenn ich sehr progressiv in den Hebel reinziehe. Also wirklich Beginndruck aufzubauen und einfach nicht zu harsch, zu viel Druck geben, dann geht es eigentlich. Fabian, mega detaillierte Schilderungen und Eindrücke hier von dir. Ich sage vielen Dank. Ich schicke dich noch einmal kurz retour. Und dann brauche ich natürlich von der versammelten Mannschaft noch ein Statement, welcher natürlich dann die Favoritin ist und was das Highlight war. Aber ich will euch noch zwei Dinge mitgeben. Wir haben jetzt ein bisschen das Fahrwerk so angerissen. Ich habe auch gesagt, an der Yamaha, an der Aprilia ist es voll einstellbar. Aber ich muss euch noch einmal dazu sagen, wir haben alle Modelle hier mit einer 41 mm Gabel, also 41 mm Standrührdurchmesser an drei Bikes upside down. Nur die Cover sticht hier ein wenig raus. Da ist noch eine konventionelle Telegabel mit drinnen. Aber da muss man auch wiederum sagen, mit einem Blick auf die Preise, sie ist halt eindeutig die günstigste. Und die Preise sind jetzt noch ein Stichwort, das ich euch unbedingt mit auf den Weg geben mag. Die für Deutschland erwähne ich hier im Video, die anderen posten wir euch in der Videobeschreibung unten als Link. Aber die Kawasaki natürlich mit 8.599 Euro mit Abstand. Das günstigste Gerät, danach ist die Honda mit 9.900 Euro, also knapp 10.000 verlangt man hier dafür. Die Yamaha etwas über 10.000 Euro liegt bei 10.249 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in Deutschland. Und die Aprilia dann auch wieder die teuerste, bringt die beste Ausstattung mit, aber das kommt halt einfach alles nicht von ungefähr. Ist auch irgendwo, glaube ich, logisch und nachvollziehbar. Die Aprilia liegt dann eben bei 11.599 Euro in Deutschland ohne Nebenkosten. Wie gesagt, Preise für die anderen Länder habt ihr unten mit drinnen. Aber ich denke, anhand dieser Daten kann man sich dann auch ein bisschen die Meinung bilden und vielleicht herleiten, warum und wieso das ein oder andere so eben an diesem Fahrzeug gelöst wurde. So, Jungs, und jetzt alle noch mal kurz ins Bild. Ich brauche von jedem noch ein kurzes Fazit, mit welchem Biker nach Hause fahren würde oder welche das Herz am meisten begeistert hat. Irgendwie, kommt's her da, ja. Irgendwie versucht man natürlich bei so einem Vergleichstest doch irgendwie so einen Sieger zu küren. Ja, und Martin, Nopin, was war dein Highlight? Welchen nimmst du mit heim? Also für mich ganz klar die Aprilia. Da setze ich mich drauf, selbst nach einem Jahr Pause und es passt. Es passt auf Anhieb. Also für sportliche Touren oder für Rennstreckenausflüge würde ich von den vier Bikes eindeutig zur Aprilia tendieren. Ja, dann machen wir weiter mit mir in der Reihenfolge. Mein Highlight, muss ich ehrlicherweise sagen, war auch die Aprilia. Super ausgewogen, super Sitzposition auch drauf. Kniewinkel für mich ist großgewachsen und auch mega entspannt. Die Rasten sind nah an der Fahrzeugmitte, darum kann man auch mit den Rasten relativ weit nach unten gehen und hat trotzdem super Schräglagenfreiheit. Aber dann beim zweiten Platz würde ich mir schon wahnsinnig schwer tun, weil die R7 hat man irgendwie durch dieses puristische, spartanische imponiert und war einfach das meiste Rennmotorrad da herinnen. Aber auch die Honda, mit der habe ich so gar nicht gerechnet. Die hat mich auch begeistert und dieser Vierzylinder und diese Wertigkeit und dass da alles einfach so unkompliziert funktioniert. Du setzt dich drauf und bist auf Anhieb einigermaßen schnell. Also ja, den zweiten Platz, den müssen sich bei mir zwei teilen. Fabian, wie schaut es bei dir aus? Ja gut, den ersten Platz überspringen wir dann einfach. Also ganz objektiv betrachtet, klar, Aprilia. Zweiter Platz sehe ich wie du. Also ich bin eigentlich echt ein Fan von der R7. Also ich finde das Motorrad richtig cool, gerade von der Ergonomie. So zum hier mal einen Trackday fahren, finde ich, passt das schon cool. Die Honda hat mich aber überrascht. Also ich kenne sie nur von der Landstraße eigentlich bislang und ich wusste, dass sie da gut ist, aber ich habe nicht gedacht, dass sie so standhält hier. Also muss ich sagen, Respekt und Honda war auch meine Überraschung. Cool. So und jetzt ihr zwei kurz mal Platz tauschen. Klausi, dein Highlight. Ja gut, das ist jetzt dann eindeutig. Also auf der Rheinstrecken ist eindeutiger Aprilia. Ich glaube, das ist auch objektiv, das kann man so sagen. Und wenn ich aber einen Straßensieger wählen müsste, wo ich nicht auf der Straße gefahren bin, hätte ich die Honda genommen wegen dem Motor. Also der Vierzylinder-Motor, ich mag keine Zwezylinder-Motoren von Haus aus nicht. Und der Vierzylinder-Motor ist wirklich super. Also auf der Rheinstrecke Aprilia, Straße, Honda. Ich finde auf der Honda, muss man auch vielleicht kurz sagen, sie hat halt eine relativ lange Übersetzung auch. Also wenn man auf der Rennstrecke oder ich vielleicht auf dem sportlichen Landstraßenbetrieb, wäre halt ein bisschen eine kürzere Übersetzung wünschenswert. Sie hat auch sechs Gänge. Aber da am Panone-Ring muss man ehrlicherweise dazu sagen. Du hast nur vier davon gebraucht oder vielleicht den fünften noch ganz kurz auf der Startziel. Aber ja, Leute, somit, glaube ich, haben wir es geschafft, ein bisschen auf ein Resümee zu kommen letzten Endes. Und der Cover muss man zugute halten. Für das Geld, was sie kostet, bietet sie auch wirklich einiges an Fahrspaß. Und sie ist wahrscheinlich die Favoritin für mich, wenn ich sage, ich will einfach komfortabel auf Tour gehen, will da durch die Stadt cruisen, will einfach ein schönes, schnittiges Bike, das auch optisch ein bisschen was hermacht, junge Zielgruppe anspricht, hat auch absolut ihre Berechtigung. Und ja, abschließend muss ich noch sagen, ich habe es richtig genossen, waren Überraschungen dabei, war hier perfektes Wetter in Ungarn auf unseren Trackdays, auch mit den Burschen wieder mal Gas zu geben. Echter Highlight, hat Spaß gemacht und ich hoffe, auch euch hat unser Video Spaß gemacht. Schenkt uns gerne einen Daumen hoch unten drunter oder auch einen Kommentar, wenn noch vielleicht Fragen auftauchen oder wenn ihr eine Meinung habt, vielleicht auch schon ein paar Bikes davon probiert habt, dann freuen uns natürlich auch eure Eindrücke. Und in diesem Sinne jetzt aber wirklich, macht es gut, wir gehen jetzt was Abendessen. Führt euch! Ciao! Ja! 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 Vielen Dank.